Konnichiwa, meine Nakimas! Ich bin's wie immer, euer Sane. Und heute hab ich für euch die Spoiler zu One Piece Kapitel 1066. Und sorry, wenn sich das Ganze ein wenig seltsam anhört, aber meine Nase ist einfach komplett verstopft. Seit mindestens drei Stunden rotz ich hier schon lauter Taschentücher. Voll. Und, naja, ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ich versuch das in der Soundnachbearbeitung ein bisschen weniger nasa klingen zu lassen. Also verzeiht mir das bitte, aber ich hasse einfach komplett verstopfte Nasen. Naja, der Titel des Kapitels ist auf jeden Fall der Wille von Ohara. Und zwar bekommen wir mit, dass sowohl Dragon als auch Vegapunk nach dem ganzen Vorfall von Ohara auf der Insel waren. Und beide kannten scheinbar Professor Clover. Und hier stellt sich schon mal die Frage, warum waren die beiden auf der Insel? Sind sie unabhängig voneinander gekommen? Sind sie zusammengekommen? Waren sie schon immer irgendwie ein Team? Oder waren sie erst danach ein Team? Möglicherweise war auch Dragon eben bei der Marine zu dem Zeitpunkt, wie es viele Theorien besagen. Und hat das Ganze dann so schrecklich gefunden, dass er sich halt eben entschieden hat, die Marine zu verlassen. Das gleiche gilt auch irgendwie für Vegapunk. Der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon ein Teil der Marine war, so mehr oder minder freiwillig. Und vielleicht zu dem Zeitpunkt auch dachte, okay, die Marine ist vielleicht doch nicht ganz so geil, wie ich es bisher dachte. Und komm, wir arbeiten zwar noch irgendwie mit ihnen, aber auch irgendwie gegen sie. Und so hat sich vielleicht diese Freundschaft auch zwischen Dragon und Vegapunk entwickelt. Dragon hat nämlich dann beschlossen, eine Revolutionsarmee zu gründen. Das heißt, die Revolutionsarmee ist mittlerweile schon 22 Jahre alt. Und Vegapunk hat vielleicht dann so gedacht, so okay, ich bin zwar jetzt aktuell bei der Marine bzw. der Weltregierung angestellt. Ich könnte aber Dragon mit nützlichen Informationen helfen. Und somit hatte Dragon vielleicht seinen ersten Verbündeten in der Weltregierung, nicht in der Welt, doch innerhalb der Weltregierung. Und somit seinen ersten Informanten und wichtigstes Mitglied. Und dann sehen wir noch, dass wohl eine Gruppe von Riesen die Bücher von Ohara aufgesammelt hat und diese nach Elbern gebracht hat. Was irgendwie brutals weird ist denn. Warum waren da auf einmal die Riesen? Und diese Riesen wurden dann von jemandem angeführt, der komplett bandagiert war. Und die aktuellen Theorien besagen, dass es sich dabei wahrscheinlich um Jaguar The Soul gehandelt hat. Ja, ihr werdet denken, ja ne, der wurde doch kurz zuvor von Aokichi getötet. Aber naja, dem ist wahrscheinlich nicht ganz so. Dazu wollte ich auch ein kleines Shorts Video machen, was ich wahrscheinlich diese Woche irgendwann mal rausbringen werde. Und zwar hat ja Aokichi diese eine Fähigkeit, welche sich Eiszeit nennt. Mit dieser friert er ja andere Wesen ein und tötet diese. Aber bei Jaguar The Soul hat er eben eine Fähigkeit verwendet, welche Eiszeitkapsel hieß. Und Eis natürlich, weil er sie eben eingefroren hat und Zeitkapsel wahrscheinlich, weil er darin Jaguar The Soul sozusagen konserviert hat. Er hat Jaguar The Soul eingefroren, ihn aber nicht getötet, sondern so, dass er später wieder auftauchen konnte. Und deswegen gehe auch ich davon aus, dass dieser bandagierte Riese wahrscheinlich Jaguar The Soul gewesen sein wird. Und vielleicht ist auch er derjenige, welcher Mark bei Flame ist, welcher wohl Eustace Kidd besuchen möchte. Wobei das so ein bisschen komisch ist, weil Eis und Flammen sind ja eher mehr so Gegensätze. Aber man spricht ja auch vom Eisbrand. Also könnte es möglicherweise so sein. Am Ende des Kapitels trifft Ruffy dann auf Vegapunk. Und nicht auf irgendwie irgendeinen Vegapunk. Nein, auf the real shit. Den echten Vegapunk. Und endlich, nach 25 Jahren, kriegen wir Vegapunk tatsächlich zu Gesicht. Und ich bin jetzt schon so gespannt, ob Vegapunk einfach nur so ein alter Professor sein wird. Ob Vegapunk irgendwie ein junges Ding sein wird, weil er irgendwas erfunden hat, um sich jung zu halten. Ob Vegapunk vielleicht nur so eine Art Hive Mind ist, also irgendwie so ein Gehirn im Glas oder sowas. Da bin ich echt schon so richtig, richtig gespannt. Auf jeden Fall sagt dann Vegapunk zu Ruffy, Sohn von Dragon. Ich wusste, du würdest kommen. Und das waren dann auch schon die Spoiler zu One Piece Kapitel 1066. Das wird auf jeden Fall ein legendäres Kapitel. Das kann ich euch sagen. Wir kriegen mehr Infos zu Dragon. Wir kriegen mehr Infos zu O'Hara. Wir kriegen mehr Infos zu Vegapunk. Und wir sehen Vegapunk das allererste Mal. Und oder hat sie schon mal in eine SBS eingeführt. Es wird irgendwann mal einen Professor geben. Vermutlich Vegapunk. Der Ruffy eben die Geheimnisse der Teufelsfrüchte erklärt. Dementsprechend wird auch das wahrscheinlich in einem der nächsten Kapitel passieren. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt... Time to know. Sayonara. Und liken und abonnieren natürlich nicht vergessen. Ciao.